Ha! Gute Wahl, großer Krieger! Und nun rasch! Unser Freund, der Juwelier Faker, befindet sich in Gefangenschaft an den östlichsten Enden dieses Königreiches. Also los! Es hängt alles von seiner Rettung ab! Beeile dich! Der Schlotterforst! Die dunkelsten Legenden kommen aus diesen Wäldern! Hilfe! Hilfe! So hilf mir doch jemand! Ah, Held! Du bist gekommen, um mich zu retten! Löse zuerst meine Handfesseln! Äh... Du bist doch gar nicht gefesselt! Danke, dass du mich von den Fesseln befreit hast! Und jetzt begleite mich und bring mich in Sicherheit! Ah! Endlich in Sicherheit! Von hier aus schaffe ich es auch allein! Wir sind doch erst zwei Meter gegangen! Danke, Held, dass du mir so tapfer geholfen hast! Lebe wohl! Was für ein komischer Kauz! Na ja, er ist in Sicherheit! Quest! Erfolgreich! Abgeschlossen! Aber... Was mache ich denn jetzt? Gebe ich die Quest ab? Oder mache ich die andere Quest auch noch? Quest abgeben? Oder die andere Quest? Ich kann mich nicht entscheiden! Euer Ich bin... Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020